Ja, hallo, hier Blick wieder und ich werde jetzt mal anfangen. Yeah, erstmal drück auf den Tönen und blieb den Knopf. Jetzt ist Sonic Spinball angesagt. Party Time. Ja. Mal sehen, wie er sich anstellt. Hahaha. Bestimmt ganz blöd. Wahrscheinlich, aber jetzt ist noch mal ein bisschen die Tastenkostur. Ja. Der kann ja nicht sein. Mache ich das mal Kader? Ey, das ist heute noch viel, wenn ich grüß dich formuliere. Na ja. Also du sollst es ja eher noch nicht machen. So, jetzt übernehme ich mal kurz ein bisschen Einstellung. So, hier sind die Optionen. Natürlich, du musst die Kölnbelegung. Na dann kannst du hier machen. Rütteln würde ich sowieso nicht benutzen. Ja. So, mit den Köln mal warst du... Let's play off. Ja. Dann musst du... Wirst du loslegen oder gleich Übung? Ich werde gleich mal loslegen. Okay, dann sehen wir, wie viel besser ist. Haha, ja. Oh, jetzt zahlen die 5 Ball. Sieht da schön aus. Gut, Bonus. A oder B. Super Kickball. Cannon, weiter. Tricker. Ja. Und ich verliere die Kugel entweder und das in den Augen. Ja. Ja. Aber bei Sonic, ja. Ja, bei anderen spielen dich, wa? Na, Pin war jetzt sowieso ein Spieler, wo ich teilweise die Kugel in den Augen verloren verliere kann. Äh, oh, super, weil gerade zu gerettet. Ja, aber wo retten? Du rettest die kleinen Kierchen. Ja. So. Haha. Such dir Chaos, Auel. Ja, erstmal welche finden. Ja. Gar nicht so einfach. Äh, oh. Ein zweites Mal bei gerettet. Yeah. Und los, rin da mit dir. Hier verliert die Kugel. Kombo. Haha. Der Fall ist ganz gut. Ja, war nicht schlecht. Oh, eingelogt. Schon wieder eingelogt. Vorbeigemogelt. Gleich aus, Auel. Ja. Tio. Äh. Kugel verloren. Uuuuuh. Ich kann ausweinen. Okay. Kuck mal. Ja. Ja. So. Ja. Erholung. Oder? ja gehts weiter ja ich will sie wie weit das geht ja das wird er sehen ich will anfang noch gar nicht so schlecht ja das kann ich tun oh oh ungerettet das war aber Glück mehr Glück als Verstand ja äh, ich glaub hier nicht mein Spruch, okay? Oh, ich glaub hier noch gerne. Hier, Rinkheim! Sammle die Ringe unter die Z-Level. Hey, die Musik kenn ich! Ja? Von Sega! Hui, ich weiß nicht. Bitte mich doch mal seiner seingestellt werden. Oder wer sein? Oh nein! Tschüssi, Kugellein! Weil gerettet! Trotzdem, runtergefallen. Lass dich aus in Ruhe. Ich rette sie. Ja, aber du musst die Kugeln einsammeln. Und ich weiß auch nicht, aber die Kugeln will nicht in meinen Augen bleiben. Voll safe, wieder gerettet. Ich war für mich mittendurch. Ja. Ah, hör, hör, hör. Was ist denn das Tier verliere ich gar keine Bälle? Äh, sieht so aus. Ich hab keine Ahnung. Und wann hab ich denn eine Ahnung bei Sonic? Ich hab keine Ahnung. Wie es aussieht. Ja. Hoppa! Und noch mal ein paar Kugeln. Und eingelocht irgendwo. Ja. Und super. Man, du befreit jede Menge kleinen Kieschen. Feierungen gehauen. Komm doch! Nein! Okay, wenigstens dränger. So, das ist ein Speedies. Das ist ein Sonic, meine ich. Wird das schon Speedies? So, ich bin verwirrt. Ja. Oh, ich hab schon viele Punkte. Ja, und du bist mehr lecker als recht. Und das? Buh! Buh! 73 Ringe! Heute mal Speedies? Ja. Ja. Ich wollte... Ich zieh mal kurz was raus. So, dann kann ich mithören. Jetzt. So, drück A. Ja, eine Kugelbrust. Hallo! Also, geschafft! Und wieder ein A. Kleiner Bonus. Ja. Piu! Es ist ein Sonic Alarm. So, wette zum Sonic Speedie Line. Und ich hab jetzt nichts passiert zu tun, als einfach mal Speedie Line zu sagen. Ja. Ihr macht das nix. Wenn's nicht anders nennst. Piu! Piu! Los, Kugel! Zerstör diese Leute, Carmen! Und gerade so rumgequält. Ja! Gequält aber ganz schön. Piu! 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 Total durchgeflutscht. Aber total. Das muss man jemals erstmal nachmachen. Game Over! Mit so vielen Punkten! Mein erster Versuch! Wow! Ja, hat sie das schon mal gespielt gehabt bei Sonic? Nein. Aber ich hab schon mal ein Sonic Game of Sega gehabt, da bin ich betrunken dann von 75.750 Punkte durchgekommen. Eieieieieiei! 27 Extra-Bälle hab ich noch gehabt. Ui! Kein einzigen verbraucht. Cool. Aber leider hat sie es nicht in Top 10 geschafft. Bei der Top 5. Ja, das hab ich mir irgendwie schon so gedacht. Ja. Klick weiter! Da ist er wieder! Pinball! Ja. Ja. So, jetzt macht er nochmals... Wie würde ich sagen, nochmals? Einmal A drücken? Warte? Ja. Genau das, was ich dir grad vorschlagen. Hahaha. Oh man! Sehr fantasievoll! Ja. Sieht sogar noch schwieriger aus als... Bei die Sonic-Version. Oh ja. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das soll jemand sein damit, als... Einmal so... Leicht ist. Oh, das braucht keiner sagen, das sieht jetzt schon ohne schwer aus. Ja, die ganze Farm und so... Oh man! Oh man! Ja, und die ganze Mieste dazwischen. Ja, die wollten wahrscheinlich alle abknallen. Ja, ich wollte grad die Kugel auf der Spitze des Flippers balancieren. Na, ist das schön. Ja, oh, das war aber knapper als knapp. Na, Logo! Das war echt kein Hobby. Ne. Neiiiin! Du hättest beinahe geschafft gehabt. Hm, also ich finde das... Ich finde die... Das Pin war richtig schön. Es gibt sogar ein Popper am Pinball. Ja. Es gibt zwei Versionen. Einen in... Der ist in der Generation gehalten, also rot und blau. Ja. Und eins ist gehalten in... Robin und Saphir. Die Kugel ist ja locker durchgerauscht. Ja. Die Kugel mag dich wahrscheinlich nur wieder mal nicht. Na, anscheinend ja. Die Kugel ist möglich bei mir und bei mir zuhause auch nicht. Die mache auch gerne gleich am Anfang durch. Ui. Zumal sind wir's betreten. Aber wahrscheinlich diesen... Ja. Ja, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Ja, sowas von Ofen. Ja. Wahrscheinlich musst du da oben hin. Bei diesem Ding, das leuchtet. Ja. Ja. Ja, ist auch immer so. Ja. Ja. Dum dum dum. Die Dum din. Dum dum din. Dum dum din. Dum dum din. Oh. Du hast ja auch... Du bist ja leider auch mit Zeit, sehe ich gerade. Ja. Shit. Ja. Oh. Oh. Ach so schon. Böse Kugel. Ja. Wo dn. Ja. Gehen sollt. Ja. Mit Bühle. Blue Chip. Okay, jetzt musst du den Chip sammeln, wie laut sie. Einleuchtig. Sommeln. Sammeln. Was hat Zeit hält. Jaaaa. Trif. Aber. Oh. Piuuu. T rum. Und wir haben keine Ahnung von Nights, oder? Nee. Also nicht wundern damit, wie ihr keine Ahnung kam. Sieht sehr schön aus, oder? Ja. Problem ist leider, nämlich egal wie schön es aussieht, irgendwie ist das ein bisschen zu bunt. Stimmt's? Ja, auch ein bisschen zu schwer. Hier trifft man kaum, was man greifen möchte. Ja, und die Gegner nerven auch rein, ganz schön. Ja. Los, was auch immer nice ist. Das ist ein Traumwesen, glaube ich. Wurde mal bei Game One gesagt, oder? Ja. Und wir beide kennen Game One. Wir gucken es. Und angeblich sollen in einer Folge mal Pokémon Conquest aufgetaucht sein, hat mich Fili gesagt. Oder? Pokémon Conquest? Hier, äh. Bei Game One? Ja. Hat das schon lange her. Wann das war, kann ich selbst nicht sagen. Schade, weil ich hätte es so gerne angesehen. Übrigens, wenn einer der Zuschauer, dem ich mal einen Kommentar schreiben würde, in welcher Folge das war, dann kann ich das mal in YouTube mal nachgucken. Na, ist gerade noch so geschafft. Schau, ob du das noch findest. Das war auch nicht sehr lange. Höchstens knappe halbe Minute. Trotzdem. Ja. Ob du das jetzt noch ausstrahlen mit Internet? Auch im Internet, da gibt es die Folgen. Weiß nicht, ob es alle gibt oder nicht. Tja. Aber von manchen Serien, zum Beispiel Ranma 1,5, kennst du dich noch? Ja, na, das war zum Lachen. Also, davon hab ich mal in YouTube geguckt. Einmal so nach der ersten Folge. Und was ich da habe, war eher so der Vorspann von Ranma 1,5. Oh. Und du warst voll mittendurch. Jetzt musst du aber da in die Mitte durch. Ja, aber erst mal das Ziel treffen. Ja, das ist, ich finde, war immer super schwer. Ja. Mal sehen, was als nächstes geht nicht zu falsch. Äh, okay. Du warst ziemlich merkwürdig, wenn du mich fragst. Hehehe. Oder? Ach, das ist jetzt... Ach, nur mal, weil ich hab gedacht, dass mir jetzt kommt Multiball oder so. Schau mal vor, der Ball wäre in Knights-Form. Das wäre irgendwie lustig, stimmt's? Ja. Und dann gibt's... Oh, Mann, oh. Mal sehen, was klingt da doch in den Ball des Nervs. Hehehe. Und wer Nice-Spinball irgendwie spielt, naja, eher von kleinen Pinball-Party, die Nice-Version spielt, na hat der... Oh, na, das war jetzt nix. Hehehe, verkehrte Richtung. Äh... Und dann fallen mittendurch. Ja. So, jetzt war's zum zweiten Mal. So, du hast wieder Arbeit. Lang... Äh, keine Ahnung, was war's. So, über sechs Millionen Punkte. Dann mit dem ersten Ball. Du bist doch super. Ja. Komm schon, du Nice-Anfänger. Und, was passiert... Naja. So, dann wird... Hehehe, hier... Das war ja auch ein cooler Abgang. Ja, ein cooler Abgang. Hehehe. Hey, ich wollte ja keine Reflexschüsse haben. Ja. Jetzt hab ich eingelocht. Es muss ja viel in die Falle kommen. Aber leider ist dein Setz sehr knapp. Oh. Ja. Ich würd sagen, du lässt mich gut mit das nicht runterknallen. Ah, ich probier's einfach. Von der Strafe treff ich. Du darf aber nicht so viel Zeit vergehen. Du siehst ja das Problem. Ich kann nicht ewig... machen, YouTube. Ja. Schau, das wird leider jetzt, äh... das Ende sein. Wir müssen Schluss fahren. Ja. Hehehe. Aber lassen wir sie uns noch durchtrauschen. Aber... Jetzt nicht mehr. Tschüss. Tschüss.